Musik Also Golfen ist für mich Erholung. Am Nachmittag komme ich im Freien auf den Golfplatz. Dann kommt der eine oder andere Freund an und dann gehen wir auf die Runde. Musik Ich muss sagen, wir haben hier in Pesh Randa ein wunderschöner Neunloch-Golfplatz. Obwohl das Tal eigentlich sehr eng ist, haben wir einen schönen, weitläufigen Golfplatz. Wir sind trotzdem im Gebirge, haben unsere gewohnte Gebungen um uns, aber sie sind mitten im Grün. Und wenn unsere Neunloch rum sind, gehen wir auf die Terrasse und und die Genehmigung ist ein Aperol Spritz oder euer Glas Wieser. Die Fahrer im Sommer geht eigentlich nur in so bis zu den Zweien. Und danach kommt der Gastli Micha. Oben ist er total im Winter. Und dann kommt Micha ins Dorf, nimmt seine Sachen und geht noch auf den Golf. Es sind fast zwei Jahreszeiten an einem Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.